Kulturell, finde ich, ist Härten richtig eine Bombe. In Härten gibt es so viel Kultur wie in keiner anderen Stadt der vergleichbaren Größe. Aber ansonsten nicht nur im Ruhrgebiet, sondern allein in Härten wird so viel angeboten, was Kultur heißt und das kann man ganz breit fassen. Zeche Ewald ist schön. Da kann man sich gut aufhalten, da kann man gut Fahrrad fahren. Ja, ansonsten, das ganze Umfeld ist liebenswert hier, die Menschen. Das schönste an Härten ist der Schlosspark. Man kann da wunderbar spazieren gehen und auch schön Kontakte knöpfen mit anderen Hundebesitzern, wo man sich schön unterhalten kann. Und sehr schön ist auch in der Stadt die Eisdiele, wo man wunderbar leckeres Eis essen kann. Ich finde das schön, dass das nicht alles so riesig ist. Es ist alles schnell zu erreichen. Wir haben sehr viel Grün, sehr viel Wald, gute Spaziermöglichkeiten und schöne Einkaufsmöglichkeiten. Ach ja, und viele Fahrradwege.